Morgen Abend startet die neue Premier League Saison und anlässlich dessen gibt es auch heute wieder mal meine Prediction zu dieser Liga, welches Team am Ende auf welchem Tabellenplatz landen wird. Ergänzend dazu muss ich natürlich sagen, das ist jetzt Stand heute, Donnerstag, 4. August, meine Meinung. Das Transferfenster ist natürlich noch offen, zum Beispiel ist jetzt Everton oder auch West Ham an Onana dran von Lille. Und wenn er jetzt zum Beispiel zu Everton wechseln würde, würde es meine Prognose eigentlich stark verändern, aber ich habe jetzt mal Stand heute, was offiziell bekannt ist, die Prognose gemacht zum Saisonstart auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal. Auf Platz 20 habe ich Bournemouth. Bei dem Aufsteiger ist es für mich eigentlich relativ klar, dass die wieder absteigen werden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die ziemlich abgeschlagen Letzter werden letztendlich. Die konnte nämlich ihre Mannschaft aus der Vorsaison zwar zusammenhalten soweit, aber außer mit Tavarnier und Fredericks konnte man sich nicht wirklich weiter verstärken, was jetzt bei den anderen beiden Aufsteigern viel besser gelungen ist. Kommen wir zu Platz 19 und da habe ich direkt mal einen Kracher, denn das ist bei mir Everton. Man war nämlich letzte Saison natürlich schon im Abstiegskampf. Mit Lampard hat man einen meiner Meinung nach schlechten Trainer. Und ich glaube auch, dass der Kader größtenteils völlig overrated und über seinem Zenit ist. Man hat jetzt den Kader zwar ein bisschen verstärkt mit Tarkowski und auch vor allem McNeil, aber man hat halt eben auch den mit Abstand besten Spieler aus den Saisons davor mit Richarlison verloren, der sie dieses Mal dann eben nicht mehr vor dem Abstieg retten kann, wenn es nach meiner Prognose geht. Auf Platz 18, also auch noch einem Abstiegsrang, habe ich dann den FC Southampton. Die sehe ich eigentlich von der Qualität her, die sie mit einem James Ward-Browse und weiteren Spielern haben, eigentlich nicht auf einem Abstiegsplatz. Aber ansonsten sehe ich halt auch niemanden, der wirklich absteigen könnte, weil wirklich so viel Qualität diese Saison in der Premier League auch bei den schlechteren Vereinen ist. Bei Southampton ist es halt so, dass sie meiner Meinung nach keinen Torwart mit der nötigen Qualität haben. Und die Neuverpflichtungen sind zwar alles interessante Talente, wie zum Beispiel Marat, Lavia oder auch Bella Kotschab von Bochum, aber die haben halt alle noch nicht unbedingt die nötige Erfahrung, die es braucht. Und deshalb sehe ich Southampton auf jeden Fall mit unten drin. Auf Platz 17, also gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt, habe ich dann den Vorjahres-Zweitligameister aus Fulham. Die sind wie immer überzeugend aufgestiegen. Man hat mit Seri einen Stammspieler abgegeben, den man mit João Palinha aber überragend ersetzt hat, denn der war einer der besten Sechser der portugiesischen Liga in den Jahren zuvor. Und wie wir wissen, ist die Umgewöhnung von der Liga aus Portugal an die Premier League nicht die schwerste, wie man eben an Beispielen wie Bruno Fernand, Ruben Dias oder auch Luis Dias gesehen hat. Zudem hat man mit Fabio Carvalho 18 Torbeteiligungen und großes Potenzial an Liverpool verloren. Dies aber durch Andreas Pereira und Solomon gut und mit ein bisschen mehr Erfahrung ersetzt. Außerdem ist Neuzugang Bernd Leno ein Torwart internationaler Klasse im Kader eines Abstiegskandidaten und aufgrund der Verpflichtungen müssen sie den Klassenerhalt eigentlich irgendwie schaffen und ich traue sie ihnen auch zu. Auf Platz 16 habe ich den FC Brentford, die vor ihrem schwierigen zweiten Jahr in der Liga stehen. Sie haben natürlich Eriksen verloren, dafür hat man mit Hickey ein Top-Talent geholt, das auf jeden Fall sofort helfen wird. Die Kaderqualität ist zwar schlechter wie die der vorherigen Mannschaften, die ich genannt habe, aber Thomas Frank ist ein genialer Trainer, der ihnen durch sein taktisches Verständnis die nötigen Punkte sichern wird. Auf Platz 15 habe ich dann tatsächlich Wolverhampton, denn bei den Wolves sehe ich so einen kleinen Einbruch, da man letzte Saison leicht overperformed hat und mit seiner defensiven Spielweise viele Punkte aufgrund der starken Leistungen von Torhüter Jose Sark geholt hat, der dies so wahrscheinlich nicht mehr ganz auf diesem ganz hohen Niveau bestätigen kann. Auf Platz 14 habe ich dann den letzten Aufsteiger im Bunde, die es ja tatsächlich nur über die Playoffs hochgeschafft haben, aber für mich ist Nottingham Forest der Aufsteiger, der sich am besten und am meisten verstärkt hat. Man hat Avoni, Mangala, Nia Katté und Omar Richards aus der Bundesliga geholt. Zudem konnte man Dean Henderson als Torwart ausleihen, Neko Williams und Biancon kaufen, Jesse Lingard ablösefrei verpflichten und man hat mit O'Brien und Toffolo zwei der besten Spieler aus der 2. Liga von Huddersfield verpflichtet. Nun gilt es vor allem für Trainer Steve Cooper, diese zahlreichen Neuzugänge passend in die Aufstiegsmannschaft zu integrieren. Dass man auf jeden Fall ein Favoriten-Schreck ist, hat man schon letzte Saison im FA Cup gezeigt, als man Arsenal und auch Leicester besiegen konnte und letztendlich nur knapp an Liverpool scheiterte. Auf Platz 13 sehe ich dann Leeds United. Ich glaube, Jesse Marsch wird bei Leeds als Trainer weiter gut funktionieren und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Seit er da ist, hat er ohnehin schon gut mit dem vorhandenen Kader gepunktet und trotz der Abgänge der zwei wichtigsten Spieler mit Rafinha und Phillips traue ich ihnen auf jeden Fall eine Steigerung zu, da der Kader mit Aronson, Adams und Christensen mit Spielern aus dem RB-Kosmos verstärkt wurde und auch Mike Rocker und Luis Sinisterra, dem ich übrigens eine ähnlich gute Entwicklung wie Rafinha zutraue, gut in das von Marsch praktizierte RB-System passen. Bei Leipzig ist er daran gescheitert, dass der Kader nicht optimal zum System passte. Nun ist das anders und ich traue Leeds eine gute Premier League-Saison zu. Auf Platz 12 habe ich dann Brighton & Hove Albion. Mit Bisuma hat die Mannschaft um Trainer Graham Potter, der dafür bekannt ist, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen, einen der wichtigsten Spieler verloren. Entscheidend für die Saison ist zum einen, ob Kukureya gehalten wird. Im Moment sieht es eher schlecht aus, aber es ist noch nichts bestätigt. Und inwiefern der deutsche Dennis Undaf sich an die Liga anpasst. Denn Brighton ist dafür bekannt, sich einen hohen Expected-Goals-Wert zu erspielen, aber aufgrund abschlussschwacher Stürmer, wie zum Beispiel Mopey oder Welbeck, nur wenige Tore daraus zu machen. Letztes Jahr 12., dieses Jahr 11. ist für mich Crystal Palace. Das Team von Patrick Vieira sehe ich nächstes Jahr ähnlich gut, vielleicht ein bisschen besser, da man fürs Tor Nationaltorwart John Stone aus der 2. Liga geholt hat, Chris Richards von Bayern. Man hat keine namhaften Abgänge zu verzeichnen und mit Jake Ducouré von Laws hat man einen der besten reinen Sechser der Vorsaison geholt, der erst 22 Jahre alt ist und noch einiges an Potenzial mitbringt. Außerdem hat man weiterhin Top-Spieler wie Zaha und auch Top-Talente wie Olysee zum Beispiel. Auf Platz 10 wurde bei Aston Villa der ohnehin schon gute Kader mit Kamara und Diego Carlos nochmals verbessert. Nun gilt es auf jeden Fall für Trainer Steven Gerrard, dies auch auf den Platz zu bringen, was ich ihm in etwa auf Höhe von Platz 10, also im Tabellenmittelfeld, zutraue. Bei Leicester City auf Platz 9 ist die Lage so ein bisschen schwierig, denn ich habe mir zwar mal was aufgeschrieben, aber seitdem wurde Kaspar Schmeichel an Nizza verkauft und im Moment sieht es auch so aus, als könnte mit James Madison der beste Spieler von Leicester zu Newcastle wechseln. So an sich würde ich dem Kader auf jeden Fall viel zutrauen, dass die auch so um Platz 7 mitspielen, aber man hat halt einfach keine Neuzugänge geholt und auch aufgrund dessen und aufgrund der Unruhe jetzt mit den Verkäufen nehme ich bei Leicester keine wirkliche Aufbruchstimmung bzw. Vorfreude auf die neue Saison wahr und so sehe ich sie im Tabellenmittelfeld auf Platz 9 letztendlich. Auf Platz 8 habe ich dann tatsächlich eine Mannschaft, die sich ja über die letzten zwei Jahre in der Top 7 so etablieren konnte, aber nun habe ich sie auf 8, nämlich West Ham United. Mit Neuzugangs Gamaka kann ich mir gut vorstellen, dass man einen guten Run in der Conference League hinlegt, aber in der Liga dann ein bisschen schwächelt aufgrund der Dreifachbelastung und dann am Ende nur Platz 8 erreicht. Denn knapp vor West Ham sehe ich auf Platz 7 Newcastle United. Man ist kadertechnisch zwar schwächer als West Ham aufgestellt, aber letzte Saison war man Rückrundendritter und hat sich mit Eddie Howe als neuem Trainer stetig verbessert. Weitere Upgrades hat man nun auf der Torwartposition mit Pope getätigt und auch mit Botman als Innenverteidiger und ich denke man wird die Entwicklung fortsetzen, auch falls man jetzt niemand weiteres mehr verpflichtet. Wie gesagt, James Madison ist im Gespräch. Auf Platz 6 wird es bei mir auf jeden Fall auch ein bisschen kontrovers, denn da habe ich Chelsea. Die haben letzte Rückrunde schon stark nachgelassen und werden sich, denke ich, auch diese Saison ohne Rüdiger schwer tun, auch wenn der durch Koulibaly gut ersetzt wurde und Sterling im Vergleich zu Lukaku, denke ich mal, auf jeden Fall einschlagen wird. Aber ansonsten hat man sich halt im Vergleich zur Konkurrenz nicht weiter verstärkt, zumindest Stand jetzt. Aber aus diesen Gründen halt sehe ich Chelsea derzeit nur auf Europa League Platz 6. Einen Platz weiter auf Platz 5 habe ich dann Arsenal. Die haben von den Stammspielern der Vorsaison nur La Cassette verloren und den mit Gabriel Jesus sehr gut ersetzt. Zudem hat man mit Sinchenko und Fabio Vieira weitere technisch versierte und vor allem flexible Spieler geholt, die Trainer Mikkel Ateta viele Möglichkeiten und eine gute Kaderbreite geben. Dennoch, auch wenn Arsenal gut aufgestellt ist, habe ich auf Platz 4 Manchester United. Ich sehe sie eigentlich so in etwa auf Augenhöhe mit Arsenal, aber mein Gefühl sagt halt einfach, dass Eric Ten Hag bei United richtig einschlagen wird nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn. Mit Lissandro Martinez, Eriksen und Malasia hat er gute Ergänzungen für den Kader erhalten und wird aus diesem taktisch das Bestmögliche herausholen und laut meiner Prognose letztendlich in die Champions League einziehen. Platz 3 ist eigentlich genauso klar, wie das Bournemouth letzter wird und es hat auch in fast jeder Prediction, ich glaube ich habe niemand gesehen, der einen anderen dritten Platz hat und es ist bei mir auf jeden Fall Tottenham. Ich muss sagen, ich habe lange überlegt, schon vor den meisten Transfers und zum Ende der letzten Saison, ob ich bei dieser Prognose Tottenham als Meister tippe, aber die anderen zwei sind einfach zu stark und die Transfers von Tottenham sind zwar auf jeden Fall gut und gute Verstärkungen, aber jetzt nicht so gut, dass man ernsthaft Chancen auf den Titel hat. Bisuma, Ricciarlison, Perisic, Jets Benz und Longley sollen der Mannschaft von Antonio Conte helfen, möglichst erfolgreich zu sein. Ich sehe sie auf jeden Fall mit großem Abstand nach vorne, wie auch nach hinten sicher auf dem dritten Platz, so ziemlich ähnlich wie Chelsea im letzten Jahr. Kommen wir zu Platz 2 und ja, jetzt ist die große Frage, wer wird Zweiter, wer wird Erster? Ihr wisst natürlich die beiden Vereine. Ich habe jetzt einfach mal auf Platz 2 Manchester City, aber für mich war es eher so ein 50-50-Ding, ob ich jetzt City oder Liverpool nehme. Am Ende habe ich mich dann eben für City entschieden, da ich glaube, dass Haaland mehr Zeit brauchen wird, in das Spielsystem integriert zu werden, auch wenn die Ansätze von ihm beim Community-Ski letzten Samstag gegen Liverpool schon mal vielversprechend waren und ich auch glaube, dass er auf lange Sicht auf jeden Fall eine Verstärkung für City darstellen wird. Zudem hat man mit Phillips einen perfekten Backup für mehrere Rollen im Mittelfeld und mit Julian Alvarez ein Riesentalent dazu bekommen. Mein Platz 1 ist der Liverpool Football Club. Vielleicht ist es auch so ein bisschen eher mein Wunsch, aber ich denke, dass Nunez weniger Anlaufzeit wie Haaland brauchen wird, wie ich vorhin eben schon meinte mit der Ähnlichkeit der portugiesischen und der englischen Liga, während sich Spieler aus der Bundesliga zu Beginn oft schwer tun, wie zum Beispiel eben Jadon Sancho oder auch viele weitere. Und daher traue ich Klopp zu, das zweite Mal die englische Meisterschaft vor Pep zu holen. Das war also meine Prediction. Lasst mich gerne wissen, was ihr von meiner Prediction haltet und schreibt auch gerne mal eure rein in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal.